So, meins ist fertig. Ich mache jetzt den Eingang und dann ziehe ich die Wände. Kannst du mir eventuell helfen, später beim Wände ziehen, weil ich habe das im Singapest versucht und da hat nicht viel... Wenn du die Wände ausgewählt hast, also diese Standard-Wände, wo sich das Ding alleine drumrum bildet, drückst du glaube X und dann hast du, dass du die Wände selber ziehen kannst. Du hast da immer so eine Auswahlmöglichkeit. Das ist wie beim Baumhaus. Wenn du X drückst, kannst du auswählen, auf welcher Seite die Leine ist. Ja. Und so ist das auch bei den Wändlern. Alter Clay, wenn du nicht langsam aufhörst mit der Scheiße, ne? Was denn? Schau mal hinter dir. Ja, siehst du nicht mein Haus? Guck doch. Eik, gestattest du mir diese fette Fläche wegzumachen? Ich komm dann selber erst mal gucken. Geil, wer hat mich jetzt fast mit nem Baum erschlagen? Ja. Du hast nur Stylebox gewesen sein. Das muss Stylebox gewesen sein. Nee, das war ich nicht. Ich bin... Stylebox bei mir. Ähm... Melvin. Ich hab Dynamit gezündet. So. Hicke einkaufen. Okay. Äh, so richtig wirst du denn so? Okay. Aber das Gute ist, ich nehm das Holz, was so nah bei mir dran ist und du nimmst die vier Stück, die ich grad gefällt hab. Oh, läuft. Wenn du nicht alles wegkriegst, komm ich gerne nochmal raus und helf dir dabei, das in meine Treppe zu verbauen. Du kannst gehen Melvin, das ist Strafe. Das ist eigentlich Strafe. Ja. Der kriegt wirklich nie alles weg, deswegen fäll ich die mit der Axt. Das hat schon so seinen Grund, warum, wieso, weshalb. Oh. Mein Haus ist eh fett. Das ist das Grundriss. Äh... Jo, der will den Baum schon nicht wegfahren. Und ich hab ehrlich gesagt keine Lust daran, Dynamit zu zünden. So... Wände... Tür... Und... Und... Die... Naja, okay, dann mach ich die Treppe ein bisschen breiter. Okay. Dann mach ich noch eine zweite Treppe hin, das ist ja nicht so wild hier. Jo, die Treppe geht. So, Grundriss fertig. Ach, wo ist mein Einkaufswagen, du? Dein Einkaufswagen? Irgendwo, irgendwo. Ja, das hab ich auch schon festgestellt. Ja, das hab ich auch schon festgestellt. Ne. Hab ich den. Ne. Ah. Ja. Ich seh dort eine Fahne. Ja, genau in die Richtung. Also, Tyrox, was ist denn, wenn du mal Vater bist? Rennst du dann auch durch die Stadt? Wo ist der Kinderwagen? Äh... Das ist einfach Alk, wir lassen es niemals so weit kommen. Das ist ne gute Entscheidung. Glaub mir. Einfach immer brav verhüten. Naja, einfach kleinen Knoten komplett reinmachen oder abschneiden. Clay. Das nenn ich mal Maßnahmen. Ich hab dir ja... Überhaupt... Ich hab dir ja dein Feuer kaputt gemacht. Hier, jetzt hast... Hier, jetzt hast du was, womit du dir das Mochen besorgen kannst. Wo bist du? In deinem Teil drin liegen. Grundriss. Oh... Jetzt lässt du es gar nicht. So, dann muss hier doch noch mal ne zweite Treppe hin. Scheiße. Ich mag's, wenn's stinkt. Oh God. Clay. Verdammt ist am geilsten. Äh, B. Jetzt die Wände. Und läsernde Wand. Ne. Äh... Wir rennten hier rum. Gibt's die Möglichkeit... Ich wens nicht. ...Dackstoff zu machen? Wieso ist das so ordentlich bei mir? So hässlich? Weil deine Hose eingesaut ist. Scheiße. Ich hab verkackt in meinem Leben. Mhm. Ich würde mir Gedanken machen. Ich auch. Mach das ich glaube ich auch gerade. Das hab ich falsch gemacht. So. Äh... Vieles. Scheiße. Wieso krieg ich das nicht so hin wie ich das will? Selber. Nein. Nicht nur vieles. Alles. Ja, das hört sich so ein bisschen böse an. Wir sagen mal... Einiges. Äh... Genug. Achso. So jetzt komm gerade hier. Du dämische Scheißbele verfickte Trabbe. Oh, das ist... Ahhhh... Das hört sich immer so witzig an wie du. Du. Haha. Äh... Ich find's geil. Es sieht einfach bloß behind... Na, leg mich doch mal auf den Arsch ey. Letzter Versuch. Ansonsten mach ich Gebäudeschaden. Andere ist eins. Ähm... Auch von den anderen? So... Massendynamid wird hier dann reingefäffert. Gott. Ich bin halt beim Ansetzen immer zu weit hinten. Naja... Ja... Ja, das sieht gut aus. Äh... 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 Ist das groß? Das ist... Sehr groß. Jaaa... BTF? Ey, du bist immer Leidenschaftswagen drin. Hat der nicht so gut? Oh... 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 Hi. Was ist denn neu? Sorry, fand ich da. Jo, morgen kann hochlaufen. Sehr schön. Der Baum kann weg. Der... Ich kann nix mehr machen. Verdehnt! Raumbelt! Wieso kannst du nix mehr machen? Hä? Ich glaub sein Internet ist grad am Abschmieren. Nee, da ist er wieder. Also doch das Internet. Laufel! Sag ja Moppelhahn. Na er ist aber nicht Cassie. Wer ist Moppel? Wir sind alle Moppel. Ah ja, Alter. Jaaa. Wer ist das Eifertier? Sei los. Was? Das Eifertierweibchen, mein ich. Melvin. Wer ist saft. Tyrox, zeig mal wo ist dein Baumhaus? Das ist das geilste Baumhaus, das es je gegeben hat. Tyrox, wo ist dein Baumhaus? Ich bin grad draußen. Ist das das hier neben deiner Hütte? Ist das das hier neben deiner Hütte? Das hier? Neben das deiner Hütte? Tyrox hat wieder zu viel Apfelschorle getrunken. Das glaub ich auch. Loot! Ernsthaft, mir fällt ein voll frei verfickte Stück. Oh! Oh! Jaaa! Ich bin total alt. Alter! Was passiert? Ich glaub in so einem Baumstab. Er tickt vollkommen aus. Er will mich erst mal mit seiner Axt schlagen. Wenn ich direkt vor seinem Gesicht gestanden hab. So. Erstmal. Machst du das nie wieder. Okay. Nein! Das ist mein Holz. Warte, warte, warte. Ich bring das Holz zu deiner Hütte. Bring das Holz zu deiner Hütte Tyrox. Achso. Ich bin doch nur dein Mega-Helfer. Du fett bin ich doch gar nicht! Ähm... Alter! Ja, Clay? Ja? Warum ziehst du als erstes die Wände und nicht den Boden, ne? Ja, oder Tyrox, Tyrox, Tyrox. Schau mal. Mir fehlt ja noch ein Teil, ne? Easy! Gut, ist fertig. Du kannst doch als erstes hier so ein Grundgerüst bauen. Ja, ich weiß. Du wirst jetzt... Achso. Gibt's ne Möglichkeit irgendwie Stoff herzustellen? Nein. Nicht? Nein. Ach, scheiße. Aber den kannst du so viel finden. Oder Stoff kannst du Seile machen. Jaja, ich weiß. Deswegen... Selbst wusstest du nicht? Ich kann ja unter dem Loch gucken, wenn du... Wormittler das... Oh, hier sind wir über Steine. Wiegt das denn mega dumm? Uah, da ist wohl Schaden gegeben. Warte, warte? Ja, da... Da geht noch so. Warte, warte. Das ist mein Baumhaus, du. Ich baue hier hinten mein Haus. Lass mich doch mal hier durch. Wieder pennen gehen. Ähm, weiß ich nicht. Wollen wir pennen gehen? Sekunde. Ich kann hier schon wieder nicht pennen. Hier. Immer diese... Immer diese Mobben. Keule. Warum hab ich die Keule? Ja. Von so einem Typen. Hab auch eine. Hinlegen. Warum machst du hier zwei Türen rein? Erklär mir das. Hä? Achso, nee. Das wollte ich nur... Das war nur ein Test. Achso. Ja, ja. Du weißt schon, dass das eine abschließbare Tür war, ne? Das eine. Das eine ist eine abschließbare Tür. Ich weiß. Du brauchst eine abschließbare Tür. Ich will ganz genau... Hä? Ey, du kriegst eine abschließbare Tür, okay? Ja, aber... Nicht nach außen. Hallo. Schau auf. Was macht ihr alle hier aber raus? Ich helf dir. Vor allem, ey. Wir geben dem eine abgeschlossene Tür, okay? Oh, guck mal. Jetzt rollt's weg. Toll. Die Tür bekommst du. Die Tür bekommst du. Komm, ich guck dir einfach Talbox an. Wie er aussieht. Siehst aus wie eine Frau. Ja? Ist doch gut so. Ich bin Transe. Jo, Eike, aber er bekommt eine abgeschlossene Tür, ja? Äh, du kannst hier auch eine abgeschlossene Tür machen. Nein, er bekommt eine abgeschlossene Tür. Er braucht das. Ja, stopp mal. Privatsphäre. Ach, war da das Alpha, äh, hier? Ach, Mann. So. Das ist eine abgeschlossene Tür. Wow. Wow. Aber bitte so herum, dass man die von außen abschließen kann. Danke. Ich geh erst mal schlafen, Mann. Wir gehen jetzt pennen und danach schlafen wir eben bei seiner Tür. Oh, ne, dann machen wir die Nacht durch. Ich will die Tür doch nur zu Ende bauen. Ja, aber weinen schon richtig herum. Ich helfe dir bei deiner Tür, okay? Ich helfe dir bei deiner Tür, okay? Ich helfe dir bei deiner Tür, okay? Haha. Kann ich genauso, du Arschloch. Doch. Kenne ich auch. Was machst du die ganze Zeit, Sonic? So, wenn man... Die Tür ist richtig. Die Tür ist richtig. Die Tür ist richtig. Und was machen die für Raddaun hier? Ich hörte die jetzt. Mach das, mach das, mach das. Ich... Ich mache... Was mach ich überhaupt? Keine Ahnung. Hat noch mehr Holzstämme, Talbox? Äh, ich hab leider nicht. Ich hab ihn gefassend geholt, deswegen... Also ich sag mal so, hier draußen ist ein Wald, da liegen einfach welche rum, ne? Die ist... Die sammel ich mir jetzt einfach mal ein. Ja, mach. Also... Ja, gut. Was machst du da? Was machst du da? Ach, Tyrox, du hast noch gar nie... Du hast ja noch gar nie die Map, hä? Äh, nee. Okay, dann müssen wir die auch noch besorgen. Oder die musst du dir selber besorgen. Schwerben, ne? Nein. In der Höhle. Ja. Da können wir dann aber alle zusammen hingehen. Weil dort kriegt man doch die verbesserte Axt. Ja, wenn man da ganz weit reingeht. Mhm. Und da gibt's auch mehr Dynamit. Mehr als genug Dynamit. Jep. Äh, so. Einmal das. Dann einmal... Hier. Gerade nach hier ziehen. Und nach da, genau. Wenn schon richtig, Sonic. Ja, ja, das ist richtig. Bitte. Das war mein Ernst, ne? Das ist richtig. So. Richtig. Ja, aber wenn man das doch so macht... Nein, das ist wirklich richtig, glaube ich. Nein. Das kann ja jeder rein. Ich hol, ich hol auch... Ich hol auch... Ich hol extra das Holz für dich dafür. Den kann aber jeder rein. Nur unter der Bedingung, dass das so herum ist. Nur unter der Bedingung, dass das so herum ist, hol ich hier das Holz. Ja. Aber warum? Warum? Der hat irgendwas vor. Der hat irgendwas vor. Ich doch nicht. Der eher ein Kloster will, dass mein Schloss auf der anderen Seite ist. Ah, gut, dann weiß ich warum. Und das will ich nicht. Ich hab Angst vor dem. Aber melden, das macht Spaß. Und wer steht da in meinem Kabuff? Keiner. Gut, ich hab durch die Wände geguckt. Läuft. Was? Äh, hä? Ne, warte mal. Das ist doch falsch, was ich hier mache. Ja, da stimme ich dir zu, Alter. Oh, jetzt ist mir kalt. Mir ist kalt? Ja, mir auch. Mir auch. Kann mal jemand gucken, ob man schon die Dings überspringen kann? Die Nacht? Mach ich gleich. Alter. Alter. Weg! Nein, das ist mein Haus! Weg! Nein! Mein Haus, meine Regeln. Und du baust das nicht falsch rum, sonst muss ich das wieder abbauen. Ich hab's geholt. Also darf ich auch ein Teil hier rumheben? Nein, das heißt nichts! Ich erfriere! Alter! Alter! Äh, den Dude wollte ich nicht haben. Ich hab den nicht bevor, dass du mir das Holz holst. Ja, wir können schlafen.